Ja, und Bonn schaut wie jeden Morgen nach Frankfurt an die Börse. Dort steht jetzt mein Kollege Stefan Wolf. Herr Wolf, wir wollen später noch mal etwas ausführlicher auf die CeBIT eingehen. Dies ist ja die weltgrößte Computermesse, die in Hannover derzeit stattfindet. Wie reagieren denn die Märkte auf diese Messe? Natürlich beobachten die Finanzmärkte diese wichtige Messe ganz genau, obwohl natürlich die Zahl der Aktien und der Unternehmen, die hier an der Börse geführt werden, rund um das Computerdasein sehr stark nachgelassen hat. Aber natürlich ist die Telekom involviert. Natürlich geht es um wichtige Softwarekonzerne wie zum Beispiel SAP oder die Software AG. Aber beim Thema Big Data, und das ist ja das, was die Börse vor allen Dingen beschäftigt, und die CeBIT vor allen Dingen beschäftigt, natürlich, da geht es natürlich um die Daten. Viele kleine Start-up-Unternehmen, die noch nicht an der Börse notiert sind, spielen da eine Rolle, aber eben auch die ganz großen Player, und die sitzen in den USA, wie zum Beispiel Google. Der DAX, wie ist der bei Ihnen in den Tag gestartet? Nun, nach den doch empfindlichen Verlusten der vergangenen Tage geht es nun zumindest leicht berg an. Der Deutsche Aktienindex jedenfalls hat es geschafft, die Verluste von gestern zumindest mal zur Hälfte wieder reinzuholen, mit einem Plus von 17 Punkten auf 9.283 Punkte ist der DAX gestiegen. Das ist natürlich geprägt, das Geschäft von den Unsicherheiten rund um die Krim-Krise. Hier werden die Nachrichten ganz besonders genau beobachtet. Und sollte sich eine Verschärfung abzeichnen, werden die Märkte sofort reagieren. Ja, Sie haben die Krim-Krise angesprochen. Das ist ja das große weltpolitische Thema, was uns derzeit beschäftigt. Inwieweit wirkt sich das denn auf die Börse aus? Nun, letztendlich ist es so, dass die Händler hier sehr vorsichtig darauf schauen, was geschieht auf der Krim. Und nachdem am Wochenende nichts Wesentliches geschehen ist, versucht man hier so ein bisschen zum Tagesgeschäft überzugehen. Das gelingt natürlich nicht unbedingt. Als der neuralgische Punkt schlechthin gelten natürlich die Energiepreise. Der Blick geht auf den Ölpreis, geht auf die Gaspreise. Wenn die sich empfindlich verteuern, und das ist nur natürlich im Zuge einer solchen Krise, ist es so, dass dann natürlich die Märkte reagieren, dass die Kurse dann sinken. Denn höhere Energiepreise, das ist die ganz große Gefahr für den gerade erblühenden Aufschwung. Sollte der Ölpreis sehr stark und sehr schnell steigen, dann könnte der natürlich den Aufschwung ganz schnell zunichte machen. Ja, Stichwort Aufschwung. Der deutsche Außenhandel, der hat ja wieder ein Wachstum verzeichnet. Wie kommt das denn an der Börse an? Das kommt positiv an, an der Börse. Letztendlich ist es so, dass die Ausfuhren wieder Tritt gefasst haben. Im Januar sind die Exporte ziemlich stark gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,9%. Die Importe sind um 1,5% gestiegen. Es bleibt also bei dieser Schere zwischen Im- und Exporten, die ja immer so gerne kritisiert wird im Ausland. Aber letztendlich ist natürlich die Exportstärke eine der wichtigsten Säulen der deutschen Wirtschaft. Und hier an der Börse sieht man es sehr gern, wenn die Exportmaschine brummt. Ja, herzlichen Dank nach Frankfurt, Stefan Wolf. Gerne. Gerne.